Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So ist die Welt eben, Ludwig. Sie gönnt uns nichts. Einmal, einmal müssen doch unsere Erwartungen und Verzweiflungen belohnt werden. Und vor lauter Warten bin ich plötzlich alt geworden. Schon 33 Jahre. Der Witwitte van Daim, der Ehelichte Stackelberg, kinderreiche Mutter. Das Original wäre mir lieber. Wäre es dir wirklich lieber? Wieso und wodurch wir immer auseinandergerieten? Mir ist das niemals ganz klar geworden. Ich hätte dir schon, als du meine Schülerin warst, einfach die Lektion aufgeben sollen, beim Ludwig zu bleiben. Ach, Ludwig. Ach, Ludwig. Es ist niemals zu spät, neu anzufangen. Du bist noch jung. Du als Einzige unterliegst nicht dem Schicksal der Sterblichen, wie es bei Homer steht. Penelope hat die Freie heiraten müssen. Odysseus ist ja nicht gekommen. Unser Epos hat einen anderen Schluss, mein Lieber. Es ähnelt eher Orpheus und Eurydike. Auch ich muss um meine Schattenwelt zurück. Wir sprechen dauernd durch den Mund von Toten. Wir leben immer wieder ihr Schicksal nahe. Als müsste es so sein. Wer die Kraft hat, das zu durchbrechen, der fände das Glück. Ganz sicher. Er fände es. Und was ist Glück? Ein langes, gemeinsames Leben? Unser Leben neigt sich schon. Und meines ist an mir vorbeigegangen. Fast unbemerkt. Auf einmal. Weg. Gleich um. Und ich weiß nicht, wo es geblieben ist. Es hätte bei dir bleiben sollen.